Neuer Tag, neues Glück. Hier ist wieder Radio Mittelweser Adventskalender. Heute am 15. Dezember verlosen wir folgendes. Je 20 Euro. Übrigens, Geschenkgutscheine gibt es auch 24 Stunden am Tag online unter www.theater.nienburg.de. Informationen gibt es an der Theaterkasse im Stadtkontor. Telefon 050 21 87 264 oder per E-Mail unter theaterkasse.nienburg.de. Rufen Sie also jetzt an, denn heute haben Sie die Chance auf einen von diesen drei Gutscheinen für das Nienburger Theater im Wert von je 20 Euro. Unsere Nummer 050 21 40 30. Also die Nienburger Vorwahl und dann die 40 30.